Seit fast 50 Jahren gehen sie als Mann und Frau durchs Leben, teilen Freude und Leiznichter mit nicht zuletzt die Bürde der schwedischen Krone. König Karl Gustav und Königin Silvia sind zu einer Einheit im Dienste der Krone verschmolzen. Denn erst kürzlich wurde deutlich, ohne seine Liebste fühlt sich der Monarch fast schon verloren. Diese Erkenntnis wurde besonders schmerzlich auf der letzten Reise des Monarchen spürbar. König Karl Gustav Ibn Undsig befand sich zwischen dem 19. und 23. November 2020 auf Staatsbesuch in Singapur alleine. Nur einen Tag vor der geplanten Abreise teilte der Hof mit, dass Königin Silvia 88 ihn nicht begleiten könne. Sie habe sich bei einer schwere Atemwegsinfektion zugezogen, hieß es. Ein Verlust für das Gastgebärland und ein noch viel größerer für den schwedischen Monarchen, auch wenn dieser zunächst versuchte, seine Sehnsucht, na sehen Sie es los, der daheimgliebenen Gattin zu verbergen. Äußerlich zeigte sich Karl Gustav zunächst gefasst und ließ kurz nach seiner Ankunft in Singapur verlauten, dass man sich um Silvias Gesundheit keine allzu großen Sorgen machen müsse. Doch trotz dieser staatsmännischen Fassade wurde schnell klar, der König vermisste seine Frau zutiefst. Immerhin sind sie seit Jahrzehnten nicht nur Ehepartner, sondern auch ein eingespieltes Team, das die Last der Monarchie gemeinsam trägt. Der Staatsbesuch in Singapur fand auf Einladung des Präsidenten Taman Shamugaratnam 77 statt. Ziel war es, die bereits guten Beziehungen zwischen Schweden und Singapur weiter zu festigen und auszubauen, sowie die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit zu stärken. Schwerpunkt der Tischgespräche waren Handel, Innovation, Investition und der grüne Wandel, Themen, die sowohl für Schweden als auch für Singapur von besonderer Bedeutung sind. Der König wurde dabei von einer hochrangigen Delegation aus schwedischen Ministern und Staatssekretären begleitet. Auch etwa 50 schwedische Unternehmen, Regierungsstellen und Hochschulen nahmen an der Reise teil, die von Businessweden organisiert worden war. Für König Karl Gustav war es bereits der machtsinnonste Arztmanns. Staatsbesuch seiner M-Zeit eine Routineaufgabe möchte man meinen. Doch die Abwesenheit von Königin Silvia war eine emotionale Belastungsprobe für den Monarchen. Das war betonte Karl Gustav, dass das Fehlen seiner Frau die offiziellen Verpflichtungen nicht beeinträchtigt habe, doch er zeigte sich ungewohnt offen, als er erklärte, dass ihr Fehlen auf persönlicher Ebene sehr wohl eine Lücke hinterlassen habe. Ich sage immer, dass wir vier Augen und vier Ohren haben. Das ist besser als zwei. Wir sehen mehr, wir hören mehr, wir können mehr Menschen treffen, sagte der Monarch laut der schwedischen Zeitung Expressen. Und wie sehr die Abwesenheit seiner Frau ihn beschäftigte, zeigte sich auch in seinem nächsten Geständnis, trotz seines straffen Zeitplans von Karl Gustav die Zeit, Königin Silvia in ihrem Zuhause auf Schloss Trotten im Hohen anzurufen. Sie hatte sich sehr darauf gefreut, dabei zu sein, und sie hat sich auch auf alles vorbereitet, erzählte der König mit sichtbarem Bedauern. Silvia habe sich besonders auf ein Gesundheitssymposium gefreut, bei dem es um die Gesundheitsversorgung für ältere Menschen gehen sollte. Ein Thema, das ihr seit langem am Herzen liegt. Doch letztlich musste ihre eigene Gesundheit Vorrang haben. Die Königin folgte zwar der ärztlichen Verordnung, in Schweden zu bleiben, doch sie nutzte ihre Zwangspause effektiver als erwartet. Die Karl Gustav amüsiert berichtete, nutzte seine Frau die Zeit, um ihren Schreibtisch aufzuräumen und Aufgaben zu erledigen, für die sonst kaum Zeit bleibt. Eine kleine Anekdote, die zeigt, dass Silvia auch in Krankheit nicht stillsitzen kann und stets den Blick nach vorne richtet. Am Nachmittag des 22. November kam dann endlich die erhoffte Erleichterung für den schmuflidischen Monarchen. Kurz nach seiner Heimkehr konnte Karl Gustav seine Liebste wieder in die Arme schließen und es gab noch mehr gute Nachrichten. Der Königin geht es besser und die Planungen für ihre nächste Woche sind abgeschlossen, verkündete Hofsprecherin Margrethe Vorgren der Öffentlichkeit. Diese Nachricht sorgte für große Erleichterung, nicht nur bei den Schweden, sondern vor allem bei Karl Gustav, dem augenscheinlich ein riesiger Stein vom Herzen fiel. Der Staatsbesuch in Singapur war für den Monarchen also nicht nur eine politische Mission, sondern auch eine persönliche Bewährungsprobe. Ohne seine Silvia an seiner Seite schien der König unvollständig und das machte er auch ganz offen deutlich. Ihre Jahre in Partnerschaft, die sich durch tiefe Liebe und gemeinsames Engagem für die Krone auszeichnet, ist das Fundament, auf auf dem beide ihre Aufgaben als Vertreter der schwedischen Monarchie erfüllen. Diese Reise zeigte einmal mehr, die schwedische Krone mag schwer sein, doch getragen wird sie von zwei Menschen, die im Herzen eins sind. Für das Volk war es ein weiteres Beispiel dafür, dass auch Royals nur Menschen sind, mit Sorgen, Wünschen und tiefen Emotionen. Königin Silvias Genesung gibt Anlass zur Hoffnung, dass das unzertrennliche Paar bald wieder gemeinsam die Aufgaben erfüllen kann, die ihnen so am Herzen liegen. Und so bleibt zu hoffen, dass der nächste Staatsbesuch des Königsbars wieder von beiden Händen getragen wird von Karl Gustav und seiner geliebten Silvia, die wie kaum ein anderes Paar für eine Einheit im Dienste der Krone stehen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020